hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen projekt und zwar aus dem ls220 zusammen mit dem gyni und mit chris. jo wir werden euch jetzt einmal den hof zeigen was wir so gebaut haben das habt ihr wahrscheinlich schon in einem timelapse gesehen, aber er schleift den da schon wieder um ein komischer kaos da mit einem strohhurt. ah ja ja es leckt ein bissl da. ja das heißt wir schreiben wahrscheinlich einen namen drauf, ja perfekt. okay. was soll ich jetzt für dings nehmen? nur für werkzeug mit auf dem hof. das was wir brauchen? anhänger oder so? ja es war pestig. so ich mach frontlader. was soll ich genau holen? ich hab jetzt beide im frontlader. wir brauchen ja gar keinen separaten frontlader schleppen. also ich hab halt direkt. ja passt schon alles. das macht gewicht. ein bisschen schwerer. alter leck das krass. hey chris. hey chris. viel spaß dir ne? ich hab mal gehört du bist dann unterwegs oder? hey vorteil 25. du weißt ja wo du hin musst, ne? ja. die ist ja schnell rüber. frontlader werkzeug. die größe scharf hier, oder? äh ja schon allein wegen der rübenschnitzel. okay. ich kann nur noch 3,9 millionen buch. und 5 mille alter. also das geile ist ja, man kann die garbel vergrößerung wieder einstellen. also vibrat, wie hoch. das ist geil. ich hab schon wieder einen kamerabot. wenn ihr legt es gerade. ja, weil es ähm wie seid? äh legal anhänger? ist das unsere oder von denen? ich brauch gewicht, die mich hinten beim fahren. ich hab gerade die kurve schon gemerkt. noch irgendwas? der fahrt ja schon. äh, die erhaltung. auch einer ist glücklich hier nur. ja ey, der macht einen voll den zaun zu, oder? äh, wie viel passt da rein? ich nehm den. die erhaltung. zwei achse. wir haben tierhaltung. wir müssen da glaube ich am hof noch ein bild versuchen. ich brauch noch keine tüme. wir brauchen noch keine tierme mehr. tierhaltung, also äh. also vordern wir ja schon mal schon. ja, äh. ja, da lass das kein zeichen sind. die sind grünen. äh, wie viel kubik? äh, 24. okay, gut. alles. das ist grünen. einfach geradeaus da durch. geht nicht. hinten ist da Zaun zu. oder? Röd Oder? Kannst du durchkommen, kannst du aber hier stecken bleiben Wohin den Ding? Bauplatzes Da wo es am wenigstens so mit stört So komme ich nicht durch Ja, muss ich umdrehen Was kauft man jetzt ein für den Treasurer? Von dir oder so? Was? Von dir oder so? 2000 Ja, Entschuldigung Wie soll ich den Heli vernutzen? Ja, ich habe 3 Kilometer Ja Größte Gaming, einfach über die Straße Komplett Brando Komplett Langsam, Alter 18 kmh, 17 kmh Ja, er muss ja nicht schnell fahren Er muss ja arbeiten hin bei den Bienen Ja Da 7 Jo, wenn euch das Projekt gefällt Lasst gerne eine Bewertung da Und schaut bei meinen Kollegen vorbei Und sagt es mir eurer Meinung zu Der Hof Der Hof ist scheiße Genau Ja Und jetzt noch einen Heidachsraum Dann fährt denn bei mir automatisch rückwärts Wtf Weg Ja, da wäre ich besser Ja, da wäre ich besser Ja, da wäre ich besser Ohja, das war schon gut lang Wie, zu lange? Ach du Scheiße Ich weiß nicht warum der automatisch rückwärts halt, Alter. Ah, das sieht schon besser aus. Herze haben wir die Soundzone aus dem LS22 gesehen, geil. Ah, da ist schon die erste Dingsballett und da. Hast du die Unipalette jetzt schon? Oh, ha. Du musst gucken, wieviel Liter dünn sind. Es hat schon gespawnt, es ist noch nicht wohl die Paletten. Wie viel Kilo hat's? 167. Ok, ist noch nicht wohl. Ich glaub 234. Warte, hab ich eigentlich Motorradstürung? Oh, kack. Ei, 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 ei. Oder was für mich darf ich nicht sehen? Ja, komm. Rissi! Sorry. Was bauen wir jetzt noch auf dem Hof? Einer von euch kann mal ne... Ding kaufen. Ne Zuckertüben. Kombination. Ja, ich würd... Pflug oder Tiefenlockerer? Habt ihr Anhänger schon? Äh, wir haben nen, äh... Pflieglasweg. Äh, Pflug oder Tiefenlockerer? Tiefenlockerer würde ich sagen. Oder? Nimm Pflug. Okay. Kannst aber auch Dellinger. Ganz groß und nimmt der Zettel. Ganz... naja... Geht ja so. Kannst du ja sogar mit deinem Link sehen. Mit... Mit... Parkmunger. Er hat Drehschimmel gekauft. Weiß ich, wieviel PS hat deiner? 325. Junge, die denken sich nur... Wo will der mit dem Pugchen, Alter? Ich mach schon, ich mach schon. Ja, ja, okay. Schade. Grobe. Uiuiuiui, ist ein bisschen ein großer Grobe. Treibflug. Wieviel PS hat dein Traktor? Meiner? Ja. 224... Äh... 400. 8,4 Meter oder 7,5 Meter. Da kann ich nicht auf, wir überhaupt eine Grube brauchen. Sicherlich. Weil wir müssen ja auch Steine klauben. Und da kriegst du gleich die Grube... Haben wir mir schon einen Steine, Glauber? Ja... Ah nee, dann hol ich den mir. Warte, die will den gleich holen. Deine Sammler. Ja, ich fahr den dann zum Ruf. Ja. So ist gekauft. Shit, dein Händler. Ja. Ich fahr den... Ach so, du nimmst den schon. Ja. Junge, was wollen die mit dem... Glas, Alter? Musst du halt... Also der... Also der Verkehr ist aggressiv. Ja, fahren ein bisschen schneller. Auf jeden Fall, man kann mit dem 1940 in der Halle mit dem großen Flug auf ihn verwenden. Okay, das ist schön. Ja, das ist schön. Föger sind hier. Miff, Miff. Miff, Miff. Also die Rupen ist gleich... Wir haben jetzt... Was? Die Rupen ist gleich wohl. Ja. 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 ein bisschen... von... 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 So. Wir sind schnell... Ihr müsst fein nicht alles hier reinstellen, Jungs. Ja, ich guck ja grad. Wir haben auch noch andere Hallen. Wir. Ja, Chrissy. Wir haben auch kleine Hallen, da wo man solche Dinger zum Beispiel reinstellen kann. Ja, ich hab geguckt, ob man die Dinger... Chrissy, nicht einparken, gleich wieder zum Händler fahren. Versteht was? Ja, mach ich schon. Hey, hey, hey. Hallo, was soll denn das? Tatsächlich nicht, obwohl... Was ist denn von uns? Alles, was drüten steht, oder? Ja. Ist der Mulha von uns, oder nicht? Ja. Sechs Meter Köcke liegen, oder? Angrube. Wundert mich, dass wir noch 3 Millionen haben. Oh, die ganzen Dinger sind nicht leuer. Ich hab jetzt grad... Was? Was? Guck mal zum Händler. Schnell! Schnell! Ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ich bin hier Ich bin hier Einmal drüber Einmal drüber Äh Dann muss ich jetzt nicht zurücksetzen Ja dann hole ich Ich finde würde Ich finde halt einfach gar nicht Was spinnt denn jetzt da so? Warum fährt bei mir automatisch immer ein kmh vorwärts? Hä? Was machst du? Ich spinn gerade Junge Was willst du machen? Ja warte doch 5 Minuten Alter lass einmal den Profi da einmal weg da Was ist denn Matthias? Mir wurscht Ein paar des Profis alter Uni fahr mal bitte das Ding zu den Rügen Ja wenn ich den nicht so geistig bin Alter Was macht der? Der kam aus hier Ich fahr mal kurz weg Ok auf jeden Fall der Zaun ist so hoch Dass man nicht drüber fahren kann Schade Er läuft Achtung Ganze Rüben Equipment Gunny Äh ja Hab ich gesehen Äh ja Hab ich gesehen Mal schauen ob es mir jetzt liegt oder nicht Ja? Ja oh Warte 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 Ein Power Schäb meinen Meinen Müll habe ich groß rein Komm Gib Gas Ja Oh Du bist Was ишi Gute mal bitte mit zu dem Thrasher in die Rolle. Der ist ein sehr langer Holz. Ja, ja, ich weiß schon. Hab ich schon gesehen. Kannst nicht mehr mit der Tastatur, Alter. Weiß Wattel? Oh, ne. Gewicht oder Wender? Wendgewicht an einem Möf, Möf, Alter. Willst du mich verarschen? Krissi. Was denn? Wendgewicht an einem Möf, Möf? Ja. Äh, hahaha. Hahaha. Das ist ein große Abrofi, Alter. Er steht nur im Weg. Es leckt. Profi halt. Profi halt, weißt du. Ein Einzelkorn, Jungs. Eine... Die Querneland neun Meter oder ne Grinze zwölf Meter. Zwölf Meter. Ja. Ränder denn morgens. Aber hat er doch nur PS wohl gemerkt. Ja, ich hab ja 300 PS. Ja, ich hab 420. Ja, freu dich. Steht da einfach ein Scheiß Ding mitten auf dem Ding. Mitten auf der Straße. Leck, 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 leck. Ja, mhm, mhm. Arschlecken, Junge. Ja. Ohne Ballmesser. Junge, Alter. Hä? Äh, äh. Grüezi. Ach. Der Passant. Guten Tag. Wie lang soll man die Folge machen? Der Schweizer Passant ist am Start. Gute Frage. Lass ihn mal 17 Minuten oder so machen. Oder was sagst du? Jo, ich seh gleich. Von dem her. Ja. Was? Der Passant. Der Schweizer Passant. Herr Passant. Was ist denn? Dann kannst du ja mal beenden. Du bist ja so gut im Beenden. Jo, so meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung unter Abo da, falls es euch gefallen hat. Schreibt eure Meinung in die Kommentare zum Projekt. Mir hat es nicht gefallen. Und jo, ho. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Jo, ho. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, Herr Passant.